Wir genießen ein bisschen die Abendsonne in einem Park und ich wollte euch mal zeigen, hier gibt es immer Spielgerüste und nebenan Fitnessgeräte. Bis zum nächsten Mal. Hey! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Der Auge ist der Auge! Hier sind wir in Inglesia Madre del Bien Concejo, das so viel bedeutet in Deutsch wie Mutter mit guten Ratschlägen, Verkünder des Evangeliums. Es ist eine Kirche oder auch Tempel genannt mit einem Ausbildungshaus, wo junge Anwärter drinnen wohnen und die notwendige religiöse Ausbildung erhalten. In einem den Garten wohnen und eine Superbekleidung von bei dem Leibhaus in 2019,? Wie ist das? Die Lade ist sehr gut, aber wir werden von denen, bis zum Einkommen beten, was von uns nicht nur, was du dich anwärter und wohnen, bis zum Einkommen beten, als du dich anwärter und wohnen, wohnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der eine wurde vollgemacht, jetzt kommt der nächste Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf dem Weg zum Einkaufen noch ein paar Mangos flücken Wir sind hier heute gerade in einem ganz neuen Laden, den kannten wir vorher nicht und außer Lebensmittel gibt es hier noch sehr viele Kleidungsstücke Das ist fündig geworden Autofane Das hast du noch gut lassen, du So, nun werden wir abgeschleppt Carolin und ich sitzen vorne mit dem Fahrer und so sah der Abschlepper von innen aus Eugen und unser Nachbar sitzen in unserem Auto da hinten Als wenn das jetzt nicht schon schlimm genug ist, platzt auch jetzt noch der Reifen vom Abschlepper Jetzt wird reifen gewechselt, wir warten auf einer Tankstelle Dort hinten steht der Abschlepper, wir stehen hier im Schatten und unser Auto obendrauf, ja und währenddessen wird einfach mal der Reifen gewechselt ... ... ... ... Und auch noch mal wiederkommen. Wir haben auch einen Räumen gelegt. Ich wollte euch zeigen, dass wir die Maschine auf der Waschstraße zum Waschen gab und hier ist es so, also bei uns war es zumindest so, der Herr kam, hat das Auto mitgenommen und hat uns das eben fertig gewaschen, gereinigt, gebracht. Ja, glänzt ganz schön von außen, spiegelt sich sogar, kann ich Spiegel Date machen und von innen drin wurde das auch sauber gemacht und total niedlich. Die hängen hier auch noch so ein Duftbäumchen auf, in diesem Fall ist das jetzt diesmal eine Kirsche, vom letzten Mal haben wir hier noch die Orange hängen und dann tun wir hier noch eine Werbung reinlegen, total süß, damit es nicht schmutzig wird, auch zugleich. Ja, also von innen und von außen für 35.000 Guarani, das sind aktuell 6,50 Euro ungefähr. Unsere Lucy bekommt regelmäßig eine Abkühlung, bei den Temperaturen mag sie es sogar. Das machen wir über den Kopf, machen wir mit Tarn, mit Tarn auf den Kopf duschen. Auf dem Kopf darf man nicht duschen. Nicht auf den Kopf. Tja, 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 tja. Tja, tja, tja. Guckt mal, wie hübsch die das hier bei uns im Park dekoriert haben und das ganze leuchtet dann am Abend auch. Wir müssen mal hier am Abend kommen, wenn es dunkel ist. Richtig süß. Auch die ganzen Laternen mit Weihnachtsdeko. Die lieben es, die lieben es richtig kitschig hier. Und hier hatte Carolin geangelt. Tut ihr nicht weh, Mäuschen? So, dann gehen wir mal hier durch. Was ist Editor, am please! Wir sehen uns uns im Teil dazu, voll machen und die Filmseigler… Ja, am Abend kommen hier auch ganz schön viele Menschen, um schöne Bilder zu machen. Weihnachten bei 38 Grad. Es ist echt warm, immer noch. Seht ihr eigentlich zwischen den Sternen den Mond? Halbmond im Liegend, den gibt es auch nur so im Liegend hier. Musik 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 Musik